Au! Vegas, ja? Vegas, Vegas. Fantastisch. Dieser Raub ist unmöglich. Casino-Sicherheitssysteme kann niemand überwinden. Ihr habt sie nicht alle. So ist es. Du hast doch was vor, Danny, sag schon. Du machst einen Job, oder? Du bist ein Dieb und ein Lügner. Ich hab dir nur vorgelogen, ich wär kein Dieb. Ihr braucht ein Team, das genauso irre ist wie ihr. An wen habt ihr gedacht?